Just Ketchup Animation! Oh, mein Schädel brummt. Hab wohl wieder zu viel Minecraft gezockt. Oh, ich bin ein Zombie. Ach, egal. Oh, Taddle, es ist nicht das, wonach es aussieht. Wie konntest du nur? Was ist hier los? Wird hier etwa gepimmelt? Hm. Was? Nein, hier pimmelt niemand. Hab ich hier gerade was von Pimmeln gehört? Hey, ihr versteht da was völlig falsch. Hier wird nicht gepimmelt, okay? Pimmeln? Na, da bin ich auf jeden Fall dabei. Woher kommt ihr eigentlich alle und warum wollt ihr pimmeln? Junge, Pimmeln, da bin ich mit am Start. Niemand hat hier irgendwas von Pimmeln gesagt. Was ist denn Pimmeln überhaupt? Das ist, wenn zwei Typen ihre Schwerter kreuzen. Oh, ach so. Wie oft wurde jetzt eigentlich schon das Wort Pimmeln gesagt? Also, bei Pimmeln wäre ich mal sowas von dabei. Hört uns hier eigentlich irgendjemand zu? Wird hier etwa gerade über Pimmeln geredet? Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, eigentlich nur zufällig. Okay, bin dabei. Was? Also, wer will in die Mitte? Ich, 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 ich. Lass mich in die Mitte. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ich wollte doch. Moment mal, Leute. Findet ihr das nicht irgendwie ein bisschen schwul? Was ist denn bitte an Pimmeln schwul? Eben, deine Mutter ist schwul. Ja, genau. Die steht nämlich auf Kerle. Hä? Okay, also gehe ich jetzt in die Mitte. Was? Nein, ich. Nein, ich. Was, nein? Nein, hier gibt es niemanden in die Mitte. Nein, hier gibt es nur noch hier. Halt, stopp. So wie ihr euch hier aufhört, pimmelt jetzt niemand. Oh Mann, so ein Scheiß. Ich habe mich schon so gefreut. Ach Mensch. So ein Dreck. Oh Mann, ich wollte doch meine neue Pimmeltechnik ausprobieren. Penis.